Musik Werte schon zu Beginn des Motorsports gedacht, dass sich die Liebe zur Geschwindigkeit und zum Wettkampf je so weit verbreiten würde. Von Brands Heps zu Jerez über Valencia, der große Preis von Europa war schon im ganzen Kontinent vertreten. Heute beginnt eine neue Ära des geschichtsumwobenen Rennens am Rande des Kaspischen Meeres. Der große Preis von Europa in Baku. Der Baku City Circuit mit seinen 20 Kurven und einer Länge von 5,9 Kilometer im Herzen der Hauptstadt Aserbaidschans stellt Ausdauer, Geduld und Präzision eines jeden Fahrers auf die Probe. Zunächst warten in Sektor 1 90 Grad Kurven. Dann geht es bergauf und es wird sehr, sehr eng, während die Autos durch die Altstadt fahren. Schließlich folgt noch eine 2,2 Kilometer Jagd mit Vollgas durch den Sektor 3 bis zur Ziellinie. Heute darf ich Stefan Römer an meiner Seite begrüßen und ich bin schon gespannt, was uns erwartet. Die Geschwindigkeit ist hier für ein Straßenrennen ziemlich hoch, oder? Glaubst du, dass dadurch ein paar unerwartete Situationen mehr entstehen werden? Solange die Teams mit der Kühlung zurechtkommen, wird es keine großen Probleme geben, zumindest nicht auf technischer Seite. Aber ich erwarte, dass die Strecke ziemlich rutschig wird, da es noch nicht genug Gummiabrieb auf dem Asphalt gibt. Jedes Straßenrennen hat seine eigenen Herausforderungen und ich glaube, dass wir hier und da einen A-Fehler sehen werden. Ich glaube, die beste Strategie wäre es, vor allem in den ersten Runden, in denen das Fahrerfeld noch dicht beisammen ist, mit einer Safety-Car-Phase zu rechnen. Vergiss nicht, auf der Strecke bis Kurve 1 innen zu verteidigen. Mach dich so breit wie möglich. Fahr robust, aber fair. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Ferrari startet also von der Pole und Nico Rosberg macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Hamilton, Valtteri Bottas und Alonso. Perez, Gutierrez, Grosjean und Daniel Ricciardo. Verstappen, Hülkenberg, Rio Hayanto und Batten. Quert, Wehrlein, Markus Eriksson und Carlos Sainz Jr. Magnussen und Massa. Jolion Palmer und Philippe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Versuche einmal in jedem Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 3,2 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Okay, get in on them. Die Packung steht in Runde 4. Untertitelung. BR 2018 Wenn sich eine Stoppfrotte entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Du musst diese Runde reinkommen. Untertitelung. BR 2018 Okay, Abstand zum Teamkollegen. 16,9 Sekunden. Untertitelung. BR 2018 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 Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der 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 Box. Zach. Jessica. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ferraris, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020